Weil Menschen denken, dass Tiere nicht fühlen müssen. Tiere fühlen, dass Menschen nicht denken. Ja, richtig. Nein, ich liebe meine Katz, aber sie ist manchmal doof. Okay, alles klar. Ich sag mal so, man kann auch noch unterscheiden zwischen Klaps und Schlagen. Kann man auch noch unterscheiden, weil Klaps ist ja nichts Schlimmes, ne, so ein ganz leichter Klaps mal. Das ist ja auch noch okay. Das sag ich auch nichts, aber bei Schlagen, ne. Ich glaub schon, dass du deine Katze liebst. Sonst hättest du ja sicherlich auch keine Katze, wenn du sie nicht lieben würdest. Äh, Patrick schreibt, ich hab mal ein Video gesehen, wo ein Junge ein Schaf geliebt hat. Äh, voll Teufel. Obito, ja, hab mein Hamster auch mal über das Tuch laufen lassen. Und, schwupps, war er unter der Lärttaste. Okay, alles klar. Ihr macht Sachen. Was hab ich denn hier so? Aha. Äh, hier war ich auf Sammlung. Oh, mein Gott, ey. Bin ich durch. Bild die Belastbarkeit und Bonus Gesundheit. Oh, das klingt gut. Dann öffern die mal. Und rüsten die aus. So, kannst du eigentlich mal durchgucken, ne. Wo ich doch kartenhaftig reinlegen kann. Äh, was haben wir noch hier? Sagaru, in der Türkei ist den, ja, normal, dass Esel lieben, ne. Okay. Patrick kann ein Mädchen, die auch ein Klaps ab und zu wollen. Hehe. Du weißt, was mein... Und Sagaru schreibt, hat mein Papa erzählt. Okay, äh, äh, ja, Patrick. Ja. Was kann ich da umwandeln, eigentlich? Aha. Hm. Nehmen wir das noch, komm. Und ausrüsten. Okay, hat Hans oder Oma zwei. Aha. Dann sind ich hier umwandeln. Wapp. Ach, das sind die, die ich umwandeln. Ah, verstehe, verstehe. So läuft das. Wir sind, ja, auch Tiere. Das stimmt, ich, Helge. Wir sind auch Tiere. Wir sind auch Tiere, ganz genau. So, okay. Äh, wo wird es denn noch lohnen? Bei Kalo Rennen wird es jetzt noch, äh, lohnen. Auf jeden Fall eins zumindest. Machen wir die noch frei, hier. Und rüsten die noch aus. So. Jetzt mache ich da einen Fähigkeitenfug, das könnte ich so zu sagen. Die mit einem abgewählen, auf 30. Okay. Könnte ich auch mal kurz schauen, wo ich abgewählen könnte. Da bin ich abgewählen, okay, so bräuchte ich das, zwei. Da gebe ich dir mal noch zwei Fähigkeitspunkte. Abgewähle ich das mal, ich mache es einfach mal so, was war es jetzt, äh, nebenbei. Ja, Männchen sind Tiere. Genauer, Affen. Richtig, Ronald Drache. Michelle schreibt, weißt du schon, was Fleisch kommt. Von was Fleisch kommt, okay. Und bitte, hab ein neues Bild in YouTube. Alles klar, schaue ich mir dann an. Patrick schreibt, wir sind echt ein paar Partyaffen in der Chat. Hey, hey, xd. Hallihallo. Alles klar. Und ich halte jetzt auch noch frei hier. Ich sehe meine Punkte eher alle. Aber gerade, ich will es noch ein bisschen auffristen hier. Äh, oh, das macht auch noch Fähigkeitspunkt. Dann tun wir mal das Abgewählen hier, das lohnt sich. Der ist auch noch da, ja. Der guckt nebenbei zu, aber der tut noch nebenbei was anderes machen. Dass euch nicht wundert, warum man heute so ruhig ist. Aber er ist noch dabei, ja. Und wollt ihr gerade noch mal rufen, Schatz, die bist doch da. Weil ich auch gerade so auch Spaß rufe, der warst du gerade gerade schneller mit Fragen. Okay, dann fragt man noch eure Fragen, wenn ihr welche habt. Ansonsten werde ich den Stream dann bald beenden. Äh, Patrick sagt noch, ich habe aber Spaß bei Essen. Was ist das ein Patruxon? Okay. Paradoxon. Okay, jetzt habe ich es richtig ausgesprochen. Äh, nein, ist... Mein Schatz ist noch da, aber er spielt nebenbei noch mit seinem Playmobil. Aber er ist noch da. Keine Sorge. Genau, da ist er nämlich. Weil ich werde auch dann vielleicht noch, wenn er da noch Lust hat, ein bisschen mit ihm schreiben. Nach dem Stream. Weil ich mache ja eh bald Feierabend. Daher passt das nämlich. Weil wie gesagt, äh, mein Schatz geht schon ein bisschen noch vor YouTube, was das angeht. Hehe. So soll man das ja auch machen. Okay, das geht an mein Schatz, was mich hier geschreibt. Also, haut doch, ich fang raus. 5 Minuten haben wir noch. Haut raus, haut raus. He. Genau, so war meine Woche auch. Kann ich mich nur anschließen. War auch langweilig. He, und öde. Okay, dachte ich, wenn du das noch spielst. Gut, dann kann ich da noch ein bisschen machen. Ja, ist beides gut, kann man nicht sagen. Ist eigentlich beides schön. Kann man sagen. Aber ich finde eigentlich, äh, Brain Mobile hat sehr, sehr gute Sachen. Das muss man schon mal sagen. Also, Brain Mobile ist echt nicht schlecht. Hm, gut. Hehe. Das gibt hier an mein Schatz, die Fragen. Gut, gut. Okay. Wie lange willst du noch spielen? Mein Schatz hier ungefähr. Dann könnte ich vielleicht auch noch eine Runde spielen. Eventuell. Hehe. Äh. Das geht an mein Schatz. Und bitte schreibt, Steffen, freue mich schon auf das LPD-Projekt. Und ist Tissian auch dabei. Hab noch nicht mehr drüber geredet, aber was wir spielen wollen, hat er nicht, das Spiel. Das hat er nicht. Äh. Michalke, ich hatte ein Zoo mit Tigern und Löwen. Die haben dann immer die Besucher gekillt und zerfleischt. Oh, Mann. Haha, Michalke ist total... Okay. Hehe. Die spielt ein Killer zu. Äh. Okay, okay. Äh. Ich, Ubito und Patrick wollen LPT The Forest machen. Survival. Ja, Forest. Der hat was uns so vor gehabt. Da haben wir uns nämlich gestern abgesprochen. Okay, alles klar, mein Schatzi. Hehe. Hehe. Okay. Hehe. Hehe. Da kann ich dann auch eine Runde machen, wahrscheinlich. Sonst hätte ich mich jetzt gerne noch ein bisschen mit Jörg gequatscht oder geschrieben. Hehe. Hehe. Äh. Na, sieht man nämlich Busen. Haha. Ja, Michalke geht gleich, äh, aufs Ganze. Okay. Ja, sieht man. Ja, ja. Hehe. Aber nicht, dass du denkst, dass wir das deswegen spielen, ne, Michalke. Hehe. Nicht, dass du was Falsches denkst. Ne, Steffen, was machst du an Star Wars am liebsten? Puh, was er am liebsten mag? Puh, eigentlich alles. Also ich kann da nicht wirklich was speziell sagen, was ich da besonders mag oder so. Ist eigentlich alles cool daran an Star Wars. Ist einfach ein geiles Spiel, geile Filme, geile Serien, macht eigentlich alles Spaß sich anzuschauen und nur zu zocken. Und wie gesagt, ich habe auch noch Haufen Star Wars Games, äh, bei Ocean und bei Steven, äh, auf dem Speicher. Also ich kann auch mal was anderes noch, äh, Livestream an Star Wars zum Beispiel. Oder mal Let's Playen. Ich habe Lego und ich habe normale Star Wars Spiele noch. Und das sind auch noch alte Spiele. Der alten Battlefront, äh, das, ähm, na, wie heißt's? Na hier, dieses, äh, Strategiespiel habe ich schon noch. Sehr cool Antwort. Ist das Beste in meinem Leben, hehehe. Genau, genau. Ja, kannst doch, alles gut. Und bist du jetzt sauer, oder? Dazu nehme ich so. Ach was, ach was. Nein, nein, alles gut, mein Schatz. Alles gut, alles gut. Ich habe nur gefragt. Ich habe nur gefragt. Kannst ruhig aufs Gesicht spielen. Alles gut. Ne, macht ja keinen Kopf. Weil Busen sind schon cool, aber die Story ist auch sehr cool und spannend. Und cool. Richtig, richtig. So ist es, mich Helge. Das Spiel ist generell cool. Danke Patrick. Empire Edward. Genau, das habe ich auch noch. Empire Edward. Ich kann ja eventuell mal ein Video machen, was ich alles an Star Wars Spielen habe. Oder eine Liste. Ja. Auf jeden Fall habe ich sehr viel von Star Wars. Das muss man, das kann ich dazu sagen. Genau. Strategie. Strategie oder Aufbauspiel. Genau. Genau, Schatz. Du kannst ruhig doch ein bisschen spielen. Dann mache ich jetzt auch noch eine Runde. Daweil. Da lohnt es sich, das nämlich noch mal eine Runde zu spielen, würde ich sagen. Und alles gut, ne? Du sollst ja auch die Zeit nutzen zum Spielen. Kein Problem. Dann machen wir noch ein bisschen hier weiter. So. Dann guck ich mal, was wir hier noch haben. Was wir hier machen können. Mal hier vielleicht mal eine Runde, mal gucken. Dann spielen wir noch mal eine Runde oder zwei. Die Zuschauer wird es auch freuen, dass das Team länger geht. Dann passt das schon. Alles super. Nein, habe ich noch nicht. Ich habe es noch mal angefangen, aber ich habe die Forst auch lange, lange nicht mehr gespielt, was es angeht. Das ist schon lange her, wo ich das letzte Mal gespielt habe. Ah, ich habe etwas gefunden. Okay. Genau, mein Sießer. Alles gut. Spiel euch doch ein bisschen mit Playmobil. Guck doch ein bisschen Steam dabei an. Ist doch auch schön, würde ich sagen, für dich. Was entspanntes. Alles bestens. Wo sind wir denn? Kessel in Quaxium Diene. Okay. Klingt ganz schön mies. Okay. Da sind wir wahrscheinlich genau in ein Spiel geworfen worden. Unser Träger wurde überhandt. Oh, schon gucken wir es gehört habt. Ja, und okay. Genau. Liebte Schatzi. Ganz toll. Die imperialen Truppen haben unseren Vorstoß aufgehalten. Einmal reinkommen, weil das habe ich noch nie gespielt. Der Modus ist für mich doch neu. Weil ich habe ja auch mal ein langes Zeit nicht was daraus gespielt. Da hat sich auch einiges geändert in der Zeit. Da kam noch was dazu. Muss ich erstmal schauen, was der neu ist. Na, besiegt. Geil. Na, wenigstens noch einen erledigt. Dankeschön mein Schatzi. Und noch viel Spaß beim Spielen und beim Zuschauen. Kannst du dir einfach Bescheid sagen, wenn du fertig bist. Geist kein Problem. Oh, Mist. Entschuldigung. Auf eine Absicht. Auf eine eigene Leute sie schießen. Shit.